Hast du manchmal auch diese unendliche Sehnsucht nach der Ferne, wenn du in die Sterne siehst? Dann hast du mit Sicherheit eine Verbindung zu deinen Sternensorten, deinem kosmischen Ursprung. Und in diesem Seminar verbinden wir uns wieder zurück mit dem Ursprung, aus dem du gekommen bist, auf diesen wunderschönen Planeten Gaia. Du wirst vieles lernen über unsere außerirdischen Freunde, wie sie verbunden sind mit uns. Wir werden sie channelen, wir werden in Kontakt treten, damit du dich wieder mit allen Fähigkeiten und allem Wissen verbinden kannst, aus dem du kommst, dass du bist dein Sein. Wir werden viel lernen über die Ebenen von Delfinen und Wal, uns verbinden mit Mutter Gaia und der Natur, den Sternen, damit du noch mehr deinen Lichtkörper ausbreiten kannst. Ich bin Annelie, ich bin spirituelle Lehrerin und Therapeutin und an einem wunderschönen Seminarort in Baden-Baden werden wir deine Rückverbindung zu den Sternen wieder beginnen. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017